Konnichiwa Minasan, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mit dem kleinen Louis, um genau zu sein, das hier auf dem Arm, ne, da ist so eine rote Stelle hier, ihr seht's, da sind solche roten Punkte, ja, ja, er fragt sich schon, Papi, was machst du da? Und da wurde ich von vielen von euch gefragt, was ist das? Ist das ein Tattoo? Was habt ihr mit ihm gemacht? Und das ist eine Impfung, und zwar gegen Tuberkulose. Es gibt wohl immer noch so an die 10.000 Fälle von Tuberkulose im Jahr in Japan, 2.000 verlieren auch ihr Leben immer noch dadurch, und deswegen wird das hier geimpft, ach da, er singt schon langsam anzusprechen, der Kleine, er liebt Bücher, ne, er möchte immer Bücher vorgelesen haben. Auf jeden Fall wird diese Impfung zwischen dem 5. bis 8. Monat in der Regel gemacht, aber spätestens, guck mal hier, kleines Buch aus Deutschland haben wir mitgenommen, spätestens bis zum ersten Geburtstag einmal wird es wohl gemacht. Ich weiß gar nicht, wie oft man die machen muss, oder ob es bei dem einen Mal bleibt, auf jeden Fall ist das halt irgendwie so eine Stempelimpfung, oder wie man das jetzt nennen soll, und das sieht halt so aus. Das war am Anfang auch ein bisschen eitrig, das ist vollkommen normal, das geht dann wieder weg, bei einigen, ne, die haben da stärkere Nebenwirkungen oder so, da muss man dann nochmal zum Arzt. Louis hatte jetzt aber keine starken Nebenwirkungen, sondern es war alles ganz gut, und die bleibt auch bis ins Erwachsenenalter, also im Erwachsenenalter sieht das dann nicht mehr so rot aus, sondern es schrumpft natürlich, weil man größer wird und der Hautbereich dann sich natürlich verkleinert, je größer man wird. Aber Mayu hat das auch noch auf dem Oberarm, da sieht man noch so, ja, Narben könnte man sagen, und das haben eigentlich alle Kinder in seinem Alter. Also jetzt im Sommer, wenn wir in Spielgruppen waren, da hat man das bei den Kindern eben auch gesehen, die dort gespielt haben, und ihr habt es ja auch auf Videoaufnahmen gesehen, wenn wir mit ihm mal ein Video gemacht haben, wo er eben ein T-Shirt anhatte und das dann auch zu sehen war. Ist also ganz normal, dass die Kinder das hier haben in Japan, diese Tuberkulose-Impfung, ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gibt, wird Tuberkulose in Deutschland überhaupt geimpft? Ich habe gar keine Ahnung, Leute, da freut er sich. Und wie wird sie geimpft? Ich weiß es nicht, aber weil viele von euch danach gefragt haben, ja, da bist du, ne, da bist du und Papi, ne, wollte ich das einfach mal erklären und euch erklären, dass das eine Impfung ist, die der gute Louis da hat. Ist aber nichts Schlimmes, er hat es auch alles gut überstanden und so und keine Probleme. Louis, was machst du da? Hier, komm hier, komm hier hin. Ist also alles ganz gut, kein Problem soweit und das seht ihr aber halt oft bei Kindern in seinem Alter, dass die das haben. Und es bleibt auch relativ lange wohl rot noch, ja, ich weiß jetzt nicht wie lange, aber es ist ja jetzt schon ein paar Monate so. Ist auf jeden Fall besser geworden, am Anfang war es halt ein bisschen eitrig, so ein bisschen gelb, aber jetzt alles okay, ne, Louis? Ist alles okay, ne, der Kleine kann jetzt schon super laufen, lernt jetzt langsam auch schon das Sprechen, und er sagt immer, at da, ne, at da. Was er damit genau meint, wissen wir auch nicht. Ja, at da, ne. Aber das sagt der kleine Mann immer und er mag Bücher zu lesen, ne, ja. Wir gehen jetzt raus, ich gehe jetzt mit ihm, Mayu ist schon in der Stadt, die hatte da einen Termin beim Zahnarzt und wir machen uns auch jetzt auf den Weg dahin, wo Mayu ist und werden mal gucken, was der Tag noch so bringt. Heute regnet, nicht so schön, aber so muss das sein. Alles klar, vielen Dank fürs Zusehen, Leute, sollte nur ein kleines Video werden. Jetzt wisst ihr, was der Louis da für ein schönes Tattoo am Arm hat. Vielen Dank fürs Zusehen, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mehr aus Japan sehen wollt und bis zum nächsten Mal. Zusehen, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mehr aus Japan sehen könnt,